Die Bahnstrecke von Pretsch nach Eilenburg, auch Heidebahn genannt, ist eine Strecke im Landkreis Nordsachsen. Heutzutage ist der Verkehr auf der Strecke abbestellt und die Strecke von DB Netz an die Deutsche Regionaleisenbahn, kurz DRE, vermietet. Der Abschnitt zwischen Eilenburg, Eilenburg-Osten nach Kieswerk-Sprotta ist elektrifiziert. Um die Feiertage von Pfingsten und Christi Himmelfahrt fanden wieder Sonderfahrten auf der Strecke von Eilenburg bis Pretsch und weiter auf der Bahnstrecke von Pretsch bis Lutherstadt-Wittenberg über Pratau statt. Der dafür zuständige Verein zur Förderung der Heidebahn bestellte diese Fahrt mit zwei Schienenbussen, einem altroten und einem mintgrünen. Dieser fuhr dreimal täglich hin und zurück, hatte jedoch meist eine Verspätung von bis zu 40 Minuten. Vor diesen Sonderfahrten haben wir nun einige schöne Aufnahmen für euch. Diese Aufnahmen stammen aus dem Bahnhof Eilenburg-Ost von der Strecke in Ostbad-Düben. Die Strecke in Ostbad-Düben 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 Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Team Regionalzugverband. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat.